Es ist Adventszeit und das ist die Zeit der gemütlichen, besinnlichen Jahresrückblicke. Man muss sie auch wirklich alle anschauen im Fernsehen, weil ganz unterschiedliche Leute darin vorkommen und man den Eindruck haben könnte, es wären von verschiedenen Jahren die Rede. Ich mache natürlich auch eine. Ich konzentriere mich auf das Relevante. Was von diesen Jahren Erinnerung bleiben wird, ist der Sprung aus der Stratosphäre von diesem Red Bull Österreicher. Er hat uns gezeigt, was geht, wenn man nur will und dass man es nicht nochmal zu sehen braucht. Morgen geht's weiter.